klick auf meine sehr verehrten damen herrn liebe biertrinker von freiberger der braumeister michael heißt sie hier im freiberger braus ganz herzlich willkommen und so wie das bei uns seit jahrhunderten üblich ist mit einem herzlichen klick auf bevor wir anfangen zu arbeiten natürlich erst mal einen schluck so wie sie das kennen mit dem kleinen trinkspruch hopf und malz erleichtern die balz und wie könnte man das leben besser genießen als mit einem herzlichen freiberger das hat sich auch der osterhase gedacht denn auf seinem weg kam er am freiberger brauhaus vorbeigehoppelt hier hat er einige überraschungen für die nächsten wochen versteckt hüpft in den lostopf und gewinnt mit etwas glück eine woche auszeit bei den freiberger camper wochen freiberger verlost vom 22 märz bis 3 oktober insgesamt 28 urlaubs wochen einfach unter www.freiberger-pils.de bei den camper wochen registrieren und daumen drücken jeden freitag wird ein glücklicher gewinner gezogen der dann vier wochen später mit seinem camper auf zeit für sieben tage auf tour gehen kann was auf so einer reise natürlich nicht fehlen darf ist ein prall gefüllter kühlschrank denn wie könnte man besser am see oder in der natur entspannen als mit einem gut gekühlten freiberger in der hand und für alle daheim gebliebenen gibt es attraktive zusatzgewinne wie sonnenschirme bierkasten grill gas kocher und vieles mehr aber nicht nur auf die camper wochen könnt ihr euch freuen am 9 mai ist meiner tag für diesen tag hat sich das brauhaus freiberg etwas ganz besonderes einfallen lassen kommt in der zeit von 11 bis 15 30 zur brauerei und freut euch auf ein buntes treiben mit musik gegrillten und natürlich freiberger bier oder meldet euch beim human kicker turnier an dies ist bis zum dritten mal möglich alle infos gibt es ebenfalls unter www.freiberger-pils.de und auch für die frauen gibt es an diesem tag natürlich so einiges zu erleben ein besuch lohnt sich also auf jeden fall um euch die zeit bis dahin zu verkürzen verlost unser osterhase heute gemeinsam mit dem freiberger brauhaus drei exklusive camper sets sowie eine brauhausführung für vier personen mitmachen lohnt sich also viel glück also zwischendurch noch ein spruch da was mit wasser zu tun hat auch wasser wird zum edlen tropfen mischt man es mit malz und topfen brust